Nochmal. Zack. Fertig. Und ein letztes Mal. Gut, da haben wir das auch erledigt. Dann packe ich das andere Zeug hier mal wieder rein. Salz, das da. Und das ist... Achso, die Truhe, da habe ich keinen Platz mehr. Das ist in Arbeit, das ist okay. Dann bringe ich jetzt erstmal so wie ihren Kuchen quasi, ihre Tarte. Und dann kriegt der andere sein Fischbrei Zeugs. Oh, du hast eine alte Frau sehr glücklich gemacht. Okay, ich habe jetzt eine Kuchen für die Fischbrei Zeugs gehabt. Dann müsste sie meinen, dass sie sowas selber macht, ne? Dass sie so als Öhmchen, gerade auch mit so einem Laden, dass man... Ich meine, sie hat alles da, sie stellt sich selber in die Küche, aber nö. Ähm. Der ist an der Baumschule. Der Higgins, ey, so ein Arsch. Ich komme hier nicht drüber hinweg. Aber wie gesagt, das war zu erwarten. Aber lieber freundlich verhalten. Der kriegt seinen Fett noch weg. Als vornherein zu sagen, auch nur, ja, weißt du was? Oh, ich kann es aus hier hervorheben. Es schmeckt so gut. Danke dir so viel. Ich kann nicht erwarten, um es zu versuchen. Meine Grandmama hatte eine andere Fischbrei Zeug, wo sie in die Banner Fisch, Gingern und Salz addet. Ich erinnere mich nicht, was es war, aber es war auch so lecker. Das ist dann die nächste Aufgabe hier. Das mit dem Hund, ja, keine Ahnung. Irgendwie mal, andermal. So, können wir uns da eigentlich jetzt noch eine Commission oder irgendwas abholen? Oh, ich glaube, ich bin viel zu spät dran, was das angeht. Shit. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Durch den Sack. Wahrscheinlich ist alles gut weg. Ja, alles B-Commission ist okay. Zwei Kissen. Mhm. Das sind fünf Pigmente. Da haben wir diesen Mixer für... Staubfädel. Boah, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Probieren wir das mit den Pigmenten mal. Weiß auch gar nicht, was wir dafür brauchen. Hm. Da ist das Ding. Roter Tee, Appelsaft, Kräutertee. Regenbogenblume. Und Salpeter. Okay. Hm. Ich pick mir den nicht in irgendeine Kiste gehabt. Hmm. Oh. 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 Nee, sorry, ich glaube, das wird auf die Schnelle nix. Sorry. Negative Konsequenzen. Oh, scheiße. Landwirtschaft, Regenbogenblume, die könnten wir gegebenenfalls bei Sufi kaufen. Salpeter. Steinerbau, ich habe noch nie Salpeter beim Steinerbau bekommen, oder? Oh, scheiße. Moment. Ich mache das nur ungern, aber... Oh, warte mal. Oh. 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 Moment. Das ist doch das mit... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ach, das ist das Erinnerungsding, ne? Ja. Gut, das hätte natürlich jetzt einiges wieder rückgängig gemacht. Aber das spart mir jetzt ein paar teurere Ressourcen, die ich Higgins in den Arsch geschoben habe. Nö, der kann mich mal... Sag jetzt einfach nö. Unser Kochset noch fertig bauen. Das ist, wo ich zur Aufnahme wieder angefangen habe. Jetzt haben wir einen kleinen Setback, aber das passt schon. Ja, das weiß ich mittlerweile. Ja. 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 Das andere habe ich noch nicht angenommen. Dann mache ich mal... Hartholz-Dielen. Zehn Stück. Wie gesagt, das tut mir jetzt leid, aber das ist, äh... Ehrlich gesagt, möchte ich mich auch ungern verabblenden lassen von dem Typen. So. Dann brauchen wir jetzt nochmal Fisch. Erstmal sortieren wir mal alles, was bei Dreine und Baum ist. Ich mache einmal Seeteufel mit. Ein Ei. Dann gehen wir jetzt nochmal Salz kaufen. Oh, Emily. Hi. Hi. Will die Hühner? Will die Hühner? Hier gehen sie wieder. Sie sind wieder weg. Du denkst, ich bin... Danke für deine Hilfe. Diese kleine Dinge hatten... Fleisch. Ich muss erstmal Salz kaufen. Ich kann auch nochmal... Eier und Milch und so... Hat sie diese komische... Regenbogen... Blume. Ne, die hat sie nämlich auch gar nicht. Wie es aussieht. So. Das ist mit der Tat, das nehme ich dann später an. Ich glaube, das verschiebe ich jetzt schon zum zweiten Mal. Äh... Da. Achso. Falsch hast du. Moment. Einer. Was macht sie denn ständig mit den Viechern? Was macht sie denn ständig mit den Viechern? Vor allem, sie guckt in die falsche Richtung. Das sind nur drei Stück, oder wie viel waren das jetzt? Ja. Sorry, dich wieder zu beschäftigen. Du bist so eine schöne Person. Ach, du störst doch nicht. In return, hier sind einige Ecke. Ich mag wirklich, wirklich, deine Hilfe. Hab ich doch gern gemacht. Du bist mir wesentlich lieber, als dieser andere Spaten da. Der eine nur versucht zu verarschen. Ähm... Mich nicht. So, den da und... Eier. Ich hab' sonst Eier gekauft, aber gut. Zack, fertig. Fischbrei. Jut. Das muss ich ja dann wieder rüberräumen, wenn ich das Haus ausbauen möchte. Aber das hat noch ein, zwei Tage Ingame Zeit. Können wir uns vielleicht bei dem... ...Tournier jetzt so ein bisschen besser anstellen. Oh, guck mal. Ähm... Da. Da. Ach, geh weg, wer halt immer durch bist. Ähm... Da ist ne Dille. Und da. Ach, geh weg, wer halt immer durch bist. Äh... Entschuldigung. Mein Fehler. Äh... Was soll so schief oder was? Hä? Hä? Ich... Ich... Ich frage nicht. Hm. Hm. Aber ich seh' keinen Fehler. Ich seh' nix Fehler. Da. Aber auf Verdacht. So, das Kissen ist schief. Nö. Ich seh' tatsächlich nix. Hier unten. Gemein. Ähm... Naja, immerhin. Wo ist er denn wegen seinem Fischeintop? Oh Gott, das Angeln. Oh Gott, das Angeln. Hm. Oh Gott. Ach so, ich wollte ja auch noch einen zweiten Hochofen bauen. Was jetzt natürlich auch grandios nach hinten losgegangen ist. Erst... Erstmal. Entschuldigung. Guck mal lang. Guck mal lang gelaufen. Guck mal lang gelaufen. Geht der Kram jetzt los, hm? Frühstücken wir das auch noch mal kurz ab. Für dich? Nein. Wir haben sogar das zivilische Korn bekommen. Okay, sehr schwer auf dich. Schau, ich bin weg. Okay, aber ich werde hier sein, wenn du... Da sind die Brüder. Ach hier. Mal hier hacken. Oh, Entschuldigung. So, dann haben wir das auch. Die Geschichte des Erinnerungstages. Okay, das haben wir beim letzten Mal gar nicht mitbekommen. Ich, ähm... So. Der Brunnen im Hintergrund, ne? Plätscher, 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 plätscher. Okay. ... Musik ... Zwei Stunden, okay, bis die Gegenstände zu finden sind. Dann warten wir direkt am Start. Dann müssen wir für die Lichtsäulen Ausschau halten. Das versorgt mir natürlich jetzt meinen ganzen Arbeitstag hier quasi. Das habe ich bei anderen Spielen in der Richtung schon immer so ein bisschen gestört. Ich meine, ich finde es ja einerseits schön, dass es diese Events gibt. Aber andererseits, wenn du gerade irgendwas in der Planung hast, dann denkst du so, muss ich da jetzt hin? So, habe ich noch einen... Ah, nee, habe ich abgelegt. Das werde ich jetzt... Aber ich glaube, die Ginger ist auch gar nicht... Ist sie draußen? Ich sehe sie auch nirgends. Auf den ersten Blick. Mal schauen, ob ich jetzt schneller bin als beim letzten Mal, aber ich bezweifle das, dass es das wird. Jo, ich weiß. Hä, was ist zum... Na, danke. Mal hinten. Kiss es. Kiss es. Kiss es. Kiss es. Kiss es.